So Sachen, wenn man so in die Natur das absegnet, denke ich mir, wir müssen die Verbauung gut. Ja, das ist auch relativ zu, muss ich sagen, wie die jetzt, weil normalerweise ist ein Ränder so, ich meine unsere Ränder, die Quen, Ränderbarhort um. Aber da hinten geht es nicht mehr beim Spülen zu, wie es mir alles heißt. Ja, das ist ein Ränderbarhort. Ja, das ist ein Ränderbarhort. Untertitelung des ZDF, 2020